habt ihr jemals was falsch gemacht bestimmt habt ihr das ein fehler ich habe die person getötet die mir eventuell hätte nachstehen könnten warum ich das gemacht habe ganz einfach ich wollte doch noch freiheit wer soll ich denn wissen dass es folgen hat was wäre wenn man die zeit zurückspulen könnte könnte ich dann alles retten könnte ich alle meine fehler wieder gut machen vielleicht steckte mir viel mehr kraft als ich denke ich hoffe es klappt ich hoffe ich kann alle retten so 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 Untertitelung des ZDF, 2020